und ich bin natürlich gleich ganz alleine in der runde und ich wünsche euch alle ein gutes neues jahr und wie ihr auch hört ich bin nicht tot das war jetzt etwas doof ich hoffe ich schaff's ja ich bin gleich zu hause ich bin gleich zu hause ich bin gleich zu hause und wird das hier gleich ein first try nein ich habe zehn sekunden von dem video gesehen wo ich das jetzt gesehen habe habe sie hier auf gomme gesehen und ja los holst ihr holst ihr holst ihr beschützt dich was ich habe die ich habe die flagge gekriegt ich habe ja hier okay vielleicht kann ich sogar die siegerflagge jetzt tragen das hatte selbst erledigt dann mal sehen kann man auch so machen und hallo freunde und hier sind wir zu einem ja für mich neuen spielmodus unserer minecraft flag walls und ich bin natürlich gleich ganz alleine in der runde und ich wünsche euch alle ein gutes neues jahr und wie ihr auch hört ich bin nicht tot was für ein wunder und ja also auf jeden fall ich bin mir erstens gar nicht sicher wie dieser modus wirklich funktioniert ich weiß dass es eine flagge die man hier erobern muss ach so das kann dann so kaufen blöcke werkzeuge schere angel dann nehme ich meine schere und gebratenes fleisch ok ich habe kein bronx mehr und ja also ihr hört schon wie gesagt ich bin auch noch klein wenig erkältet und erzähle jetzt so ziemlich meine lebens story hier und zwar im grunde genommen hast du die flagge spawnt jetzt im grunde genommen ist es so ja ich war ich hatte sehr viel also sehr viel zu tun in der letzten zeit ebenfalls auch gleichzeitig hatte ich hatte ich auch große ja hatte ich sehr viel zu tun in der letzten zeit ebenfalls an wochenenden das war vor allen dingen auch sehr wegen der schule vor allen dingen also war das wegen der schule und ja ich weiß ich verzettel mich gerade ständig während ich rede ich bin gerade war etwas dämlich von mir jetzt gleich einfach so ein modus zu nehmen den ich einfach gerade nicht kenne und dann gehen jetzt einfach zu machen und zu spielen aber auf jeden fall halt eben ja wie schon gesagt ich bin ich hatte sehr viel zu tun in der letzten zeit auch was schule angeht und soweit ständig irgendwelche projekte am laufen hatte und ich weiß wirklich vom modus wirklich nur bahnhof ich weiß gar nichts muss selbst gucken wir jetzt überhaupt die flaggen sind hier könnten irgendwo welche sporen aber momentan weiß ich auch nicht wer die flagge hat die blau hat eine flagge eingenommen so okay gut dann kann ich erstmal los weil nämlich gespawnt erstmal noch nichts das ist erstmal egal weil das immer noch 20 minuten sind die ich abwarten muss also zehn sekunden obwohl da kann ich doch schon eigentlich in der mitte bleiben theoretisch so jetzt ist die frage wo die flagge spawnt das war so ziemlich und das ist so ziemlich die frage was jetzt genau los ist okay gut er ist jetzt langsamer so ich habe jetzt die flagge jetzt bin ich verdammt langsam und hoffe nur dass ich es auf irgendeine art und weise schaffe oh gott das war jetzt etwas doof ich hoffe ich schaffe es ja ich bin gleich zu hause ich bin gleich zu hause ich bin gleich zu hause und wird dass sie gleich ein first try nein oh gott ich weiß ich kann aber man ich kann nicht springen nein das habe ich das habe ich nicht beachtet verdammt schade okay gut dann muss ich mir wirklich einen weg hinbauen also einen vernünftigen weg die bin ja sowieso nicht kann das ist ihnen jetzt auch egal ja und die haben jetzt die flagge eingenommen ja ich bin auch nicht jetzt gerade davon ausgegangen dass ich wirklich viele reißen kann okay so und das war ich mir dann als ersatzzeug ist mein ersatzzeug so die brustplatte muss ich mir sowieso so holen und ja also auf jeden fall schick ich bin hier noch an üben also ich darf das jetzt machen ein stück stück passt davon brauche ich ja gar nichts wenn ich den rest da reinstecken und ja also auf jeden fall ich bin nicht tot ich lebe noch wir jetzt auch hört und ebenfalls bin ich gerade auch hoffe ich mal also ob ich bin jetzt auch wieder öfter die videos kommen denn nämlich das war vor allen dingen das problem als ich ja weil ich wenig zeit hatte ich habe eigentlich schon alles gesagt und ich will jetzt immer noch weiter reden das ist irgendwie mein problem ich habe das moderieren auch teilweise vergessen und das ist meine erste runde in irgendeinem neuen spielmodus den ich nur teilweise ich habe zehn sekunden von dem video gesehen wo ich das jetzt gesehen habe ich jetzt hier auf gommel gesehen und dachte mir kommt kann ich einfach mal durchziehen und jetzt ist mir das auch kack egal ich habe zwar viel zeug aber hier ist die flagge ich kann nicht springen das muss ich mir merken das hoffe ich muss jetzt nicht gleich zu mir ja egal ach man okay gut ich habe auch den bogen und den ganzen rest es waren sowieso ganz sehr viel zeug bei mir und ich bin alleine also die besten voraussetzungen habe ich jetzt nicht aber ich krieg wenigstens schon mal die flagge das ist hoffe ich mal schon mal ein erfolg die man feiern kann und es tut mir wirklich leid ich kann es nicht oft genug sagen und ihr versteht auch schon dass ich wirklich immer noch mehr aufnehmen möchte und da hat schon team blau gewonnen es war jetzt wie gesagt nur so eine testrunde wo ich auch noch das alles einsage und ja habe ich nur sechs minuten aufgenommen also kommt auf jeden fall noch eine zweite runde und ich hoffe dann bin ich auch in einem team und ihr versteht glaube ich auch schon was ich jetzt damit sagen möchte also es tut mir im großen und ganzen leid auch glatt ihr habt ja schon gefragt ich habe jetzt hier den neuen modus gesehen und weiß weiß ich deshalb war das jetzt nicht so klug wenn ich auch glatt sich was erklären möchte und dann auch den modus zocken den modus zocken möchte es ist außerdem auch schon etwas später also das video kann sein dass es um 21 uhr je nachdem auf ein um 21 auf gar keinen fall wir haben fünf vor das kann jetzt nicht der fall sein oder oder halt eben dann um ja also ich schätze um 22 uhr wird es rauskommen wenn ich mich beeile und das video jetzt nicht länger als zwölf minuten wird und dann hoffe ich einfach nur warum sind jetzt einfach rot ich bin jetzt hier der einzige der jetzt so rumgammelt ich hoffe das wird noch gut aufgeteilt und 5 und 5 ja klar ok und das ist auch der große und ganze grund warum ich jetzt nicht aufnehmen konnte einfach die zeit hat gefehlt ich hoffe ich werde in der zukunft mehr zeit haben dafür und ihr wisst sowieso dass auch an den wochenenden ich sowieso Zeit dafür haben werde jetzt gehe ich einfach mal in blau so dann weiß ich schon mal dass es gut aussieht und ich hoffe das bleibt auch so jetzt ist blau wieder die übermacht yay und dann hoffe ich auf eine gute runde hoffe dieses mal ich habe mehr Möglichkeiten jetzt zu gewinnen wir haben außerdem ein fettes team und ich wollte eigentlich schon überlegen mit entschuldigung damit shader zu zocken doch dann wie gesagt habe ich etwas weniger fps ist meine standardmäßig 120 oder sogar noch mehr aber hier halt eben ja würde ich dann so nicht so versuchen schon mal es gut zu tun und wo ist jetzt überhaupt der villager nochmal hier so ok dann erstmal zeug hiervon ich habe erstmal mir davon was geholt dann schönes schwertchen sieben stück dann spare ich erstmal schnell drauf ich bin dann erstmal fast defensiver es geht halt eben darum dass ich wie schon wie ihr auch schon seht ich gerade momentan sehr viel ahnung habe was ich tue ich kenne auch nicht die preise auswendig oder alles mögliche also da müsstet ihr hoffe ich ihr habt Nachsicht Wolle habe ich schon dann ruhig mit das Ding ruhig mit das Ding ruhig mit das Zeug und und womit das hier dann kann ich auch gleich die Dinger upgraden ich tue jetzt etwas mehr für ein Team als dass ich jetzt offensichtlich da irgendwie rein stürme weil ihr merkt es ja schon ja gut ich bin gerade nicht hier der überflieger habe das schöne Zeug jetzt dann kann ich mir noch was für Bronx holen hole ich mir mal das kann hilfreich sein weiß ich aber nicht wie und dann wehrt nochmal die Flagge also die haben die schon und es gibt rot und blau es gibt zwei glaube ich spawn points so perfekt den habe ich jetzt ja los holst du holst du holst du beschützt dich was ich habe die ich habe die Flagge gekriegt das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ich dachte er hat die Flagge oh Gott retardet auf 100% ich hatte so eine gute Chance ich war so gut equipped und dann war ich so eine scheiße ok ok ihr könnt jetzt alle tollpatsch in die Kommentare oder was auch immer schreiben oder weiß was ich auferstanden ich frage mich nicht aber ich hoffe nur ja los komm schon komm schon du schaffst es du schaffst es meine Schande jetzt wieder zu ja wir haben es ja ich habe noch meine ich habe ich meinte ich habe schon noch das an so dann schön mal sortieren das habe ich ich brauche wie gesagt dann noch Eisen damit brauche ich jetzt eher weniger äh 10 mir sieht es nicht ausreichend ok gut vielleicht kann ich den jetzt upgraden dann kann ich immer noch nicht ok gut und jetzt momentan geht es los wieder ich habe mir wie gesagt wieder das hier obwohl eigentlich würde ich das sogar nicht brauchen ähm dann natürlich essen und der Rest ist eigentlich Luxus also der Rest ist egal dann werfe ich das einfach jetzt mal hier hin und wir sind gerade übelst am gewinnen ist ja wirklich übelst und dabei trage ich jetzt nicht mal so viel dazu bei und das ist Flag Wars und es gibt sogar Fallschirme alter das habe ich ja total vergessen vergessen ok gut ich hoffe wir haben beides ja hier ok vielleicht kann ich sogar die Siegerflagge jetzt tragen vielleicht trage ich die Siegerflagge los geht's und wie siehts aus nichts und die Siegerflagge geht auf mich yay gg also ich finde den Modus super irgendwie ich finde die super es ist schnell es ist äh es ist ja es ist einfach halt eben es hat auch einen alten Hintergrund also Capture the Flag ist das so nur halt eben auf einer Bad Wars Map also ich finde das irgendwie super ich mag den Spielemodus mal sehen wie lange wir schon aufgenommen haben vielleicht mache ich sogar ein etwas längeres Video wir haben 12 Minuten also das heißt so eine Runde dauert 6 Minuten und ich habe hier einen Buggy Raum also ich hoffe ich bin da Buggy Map obwohl ne geht gerade dann ja sag ich mal was hält komm dann häng ich noch eine Runde hinten dran ich bin mal weil ich gerade den Modus so toll finde häng ich noch mal eine Runde hinten dran gleiche Map dieses Mal weiß ich dann auch wie es funktioniert jetzt komm schon ich will hier rein dieses Mal weiß ich auch wie es funktioniert und hoffe es wird gut also jetzt mache ich auch einen Cut also sag dann bis gleich und ja hier sind wir jetzt zurück nochmal zur Capture the Flag selbe Map selbe nicht selbe Runde aber selbe Map selbes Glück und ich hoffe es bleibt so auch und ich hoffe dieses Mal kann ich auch mehr zum Team beitragen mir passiert jetzt nicht wieder so ein Mist und Nummer 2 ist auch noch gleichzeitig ich hoffe dass wir ja also ich hoffe dass es auch klappt weil nämlich ihr wisst ja ich habe ja jetzt mal pausiert fürs Erste weil ich da noch was also die Story etwas erweitern möchte und etwas cooler gestalten möchte dazu muss ich dann auch mehr vorbauen allgemein bauen und deshalb brauche ich da jetzt auch Zeit weil es wird auch wahrscheinlich länger pausiert sein da ich nämlich auf die Idee jetzt gerade gekommen bin nochmal schön ähm nochmal schön jetzt die äh ja also schön die ich sag mal andere das andere Projekt weiter zu führen ihr erinnert euch das sicher an Squarepants Survival ich habe gesagt dazu soll es auch noch einen zweiten Teil geben ich hoffe dieser zweite Teil den werden wir jetzt dann auch spielen hoff ich zumindest die Flage wurde fallen gelassen die Blau hat sie ok gut los geht's ich schaff mal rot ja rot kann uns nicht aufhalten wir sind schon zu nah an der Base also es wird nix Alter der hat ne krasse Range so ok gut wenigstens gestorben aber wir haben schon mal konnte klein wenig dazu beitragen wenn auch jetzt nicht wirklich ey was macht der Rote jetzt auf einmal hier das ergibt grad wenig Sinn warum kommen die gerade oh ich hab's ich hab's das bringt grad wirklich wenig wir wollen uns aufhalten wir wollen uns aufhalten wir wollen uns aufhalten doch jetzt haben wir uns etwas also Zeit sag ich nur dazu ok hat Rückstoß so dann das höre ich mal warum hab ich jetzt mit drei Hosen geholt oh ich hab Shift gedrückt gehabt man ey hier sind ein paar Kettnosen wenn jemand will äh so hier das Zeug dann gleich nochmal schön Eisenschwert etwas zu essen obwohl ich das Essen eigentlich weglassen könnte weil ich schon so oft sterbe so jetzt hab ich dann auch nochmal wieder was für ein Schwertchen und ich hab zwar keine Schere aber ich hab Blöcke das müsste ebenfalls helfen und die haben das auf der anderen Seite glaube ich ich bin zu ich bin zu aufgeregt ich bin zu aufgeregt das ist wirklich eine Tollpatsch Folge der Typ der mit den Flaggen nicht klarkommen Teil 1 das hat er selbst erledigt das hat er selbst erledigt dann mal sehen ja kann man auch so machen dann kommt schon ok gut los kommt schon Achtung nein 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 so nein er ist runter verdammt ach schade und rot oh nein rot hat jetzt 2 oh nein oh nein rot hat die Flagge ja gut der hat zu viele Leben also er hat sie wenigstens fallen gelassen ich dachte den kriege ich jetzt noch aber auch egal oh der hat sie schon wieder ey man nicht gut ok Equipment Blöcke und los gehts der Rest ist jetzt Nebensache Alter die sind schon so weit ich hab das Gefühl wir verlieren ach schade jetzt haben wir verloren aber trotz allem GG war jetzt ein etwas längeres Video ich war verdammt tollpatschig ich gibs zu ich war verdammt tollpatschig ähm es ist wie gesagt einer der so noch leider das letzte Video für eine etwas längere Zeit aber ich hoffe nächstes Wochenende kann ich wenigstens 2-3 stücke aufnehmen aber heute gehts auf jeden Fall nicht mehr wir haben schon nach 9 und wenn ich jetzt so sagen muss ich muss Rendern und Co machen also und vielleicht sogar noch heute oder morgen rausbringen dann halt eben ja und morgen außerdem habe ich auch noch wieder was zu tun genauso auf die restlichen 3 Tage also sieht leider momentan bei mir die Zero rosig aus also ich habe das jetzt nur gemacht um jetzt so ein Infovideo zu haben und aus wo dann so eine schöne Runde Flex also ja und dann sag ich jetzt mal wenn euch diese Folge gefallen hat gebt einen Daumen nach oben teilt es euren Freunden mit und ihr könnt mich unterstützen wenn ihr mich abonniert dann sag ich Bye mit Bye 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 BYE